Hallo liebe Zuschauer zum heutigen Pekunia-Tipp. Kennen Sie das? Ein Schaden ist eingetreten, aber die Versicherung will nicht bezahlen. Entweder war der Schaden gar nicht versichert oder die Schadenanzeige wurde falsch ausgefüllt. Das können Sie vermeiden. Zunächst einmal sollten Sie wissen, wogegen Sie eigentlich versichert sind. Es gibt Checklisten, in denen man eintragen kann, das ist der Versicherungsschutz und hierfür besteht eine entsprechende Absicherung. Melden Sie sich auch bei Ihrer Versicherungsgesellschaft. Am besten schreiben Sie diese an oder auch bei Ihrem Versicherungsberater und fragen Sie genau nach, ob die Dinge, die Ihnen wichtig und wertvoll sind, auch tatsächlich abgesichert sind. Und wenn dann ein Schaden eintritt, bitten Sie Ihren Berater dazu, dass der für Sie die Schadenmeldung ausfüllt. Dokumentieren Sie alles richtig, schauen Sie nach Quittungen und Belegen, machen Sie Fotos und sorgen Sie dafür, dass nach Möglichkeit alles vollständig eingereicht wird. Wer seine Hausaufgaben im Vorfeld macht und darauf achtet, dass alles ordentlich ausgefüllt ist und alles entsprechend dokumentiert ist, der hat dann auch eine sehr große Chance, dass ein Schaden nachher auch bezahlt wird. In diesem Sinne bis zum nächsten Pecunia-Tipp. Tschüss, Ihr Dirk Magnuski.